Am 9. September soll Charles de Gaulle nach Ludwigsburg kommen und seine berühmte Rede an die deutsche Jugend halten. Wie kamen Sie dazu, dort hinzukommen? Und wie haben Sie die Eintrittskarten bekommen? Also ich war damals bereits verheiratet und meine Frau und ich, wir waren sehr interessiert an Politik. Das hat meine Frau gewissermaßen geerbt aus dem Elternhaus. Mein Schwiegervater hat bereits im Januar 1946 die CDU-Ortsgruppe in Margröningen gegründet. Und wie ich dann in die Familie kam im Jahr 1953, hat er mich da sofort mit einbezogen und ich bin dann später sein Nachfolger geworden als Vorsitzender. Außerdem war ich Kreisvorsitzender der CDU und meine Frau, Entschuldigung, der Jungen Union zunächst, später von der CDU. Und meine Frau war im Landesvorstand der Jungen Union. Also wir waren politisch interessiert und das war natürlich ein ganz wichtiges Datum, der Besuch von Charles de Gaulle. Es war ganz selbstverständlich, dass wir da hingehen. Ich weiß nicht mehr, haben wir die Eintrittskarten von der Partei bekommen oder vom Landratsamt, das weiß ich im Detail gar nicht mehr. Aber auf alle Fälle unsere Absicht war, unbedingt dazuzugehen und wir waren dann auch dabei. Und es war eine ganz große Stunde, die wir dort erlebt haben. Ich kann mich heute noch erinnern, wie enorm die Begeisterung war, als der große Charles de Gaulle aufstand und seine Rede in deutscher Sprache hielt, Wort für Wort laut und verständlich, sehr gemessen gesprochen, also ins Gegenteil von hastig. Und dann in dieser Souveränität und was er uns gesagt hat, da ist uns das Herz aufgegangen. Er hat gesagt, ihr könnt stolz sein, ihr gehört zu einem großen Volk. Und er hat das begründet, wirtschaftlich und philosophisch und so weiter. Wie hat das denn auf Sie gewirkt, als Sie diese Worte gehört haben? Es war emotional, war man einfach ergriffen davon. Natürlich hat es einem verstandesmäßig gefreut, aber es hat einem auch emotional einfach mitgerissen. Und die Begeisterung war unglaublich. Also die Bravourufe bzw. der Beifall, das war frenetisch. Hatten Sie auch eine gewisse Erwartung an de Gaulle und an seine Rede, dass Sie auch bewusst dort hingegangen sind? Haben Sie vielleicht thematisch etwas erwartet, was er ansprechen würde? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir sind einfach hingegangen, weil wir diesen großen Mann und natürlich auch unseren Konrad Adenauer, weil wir die beide sehen wollten. Und dann war ja noch der Bundespräsident dabei und dann unser Ministerpräsident Kiesinger damals. Also das war eine gute Gelegenheit, wichtige Leute in Europa, man kann sagen, wichtige Leute auf der Weltbühne sogar, dabei kennenzulernen. Dann sehen wir uns wieder.